Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Star Wars The Force Unleashed. Ich bin immer noch in der Missionszusammenfassung, weil diese Folge nehme ich genau nach der fünften Folge auf. Und ja, ich würde mal sagen, ich drücke schon mal auf Fortsetzen. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert? Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Kastan Parathus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Korosan. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Wir gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich. Aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Ja, der Tempel sieht wirklich aus wie der auf Korosan. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern fänden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrott-Tempel erreichen können. Viel Glück. Danke. Puh, okay. Ich möchte noch kurz meine Reaktion mit euch teilen zum... Ja, zu diesem Video da gerade. Und ja, man kann die Maus wieder sehen. Danke. Warten mal kurz. So, da wäre ich jetzt wieder. Ich spiele ein bisschen mit meinem Lichtschwert rum. Aber ein geiles Kostüm, muss ich sagen. Also, das gefällt mir. Aber die Map ist, muss ich auch sagen, ziemlich nice. Mit dem Trümmern da. In der Luft. Ja, ja. Ich wollte auch noch kurz meine Reaktion halt zu diesem... Ja, zu den kleinen Animationen sagen. Oh, ist schon geil. Wie es aussieht, werde ich und Darth Vader, also das ist halt unser Ziel, den Imperator stützen wollen. Und das ist auch nice, weil... Es gibt sehr viele Theorien auf YouTube, Warum darf Vader halt nicht seinen Körper wechseln oder so? Weil das ist alles, das geht ja in Star Wars. Man kann ja seinen Körper wechseln. Und ob... Ihr könnt einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantrieb... Ob der Vader eigentlich... Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt. Der eine der Schüler von Imperator sein möchte und so. Aber nur gut. Äh... Er möchte den Imperator stürzen. Und er möchte auch noch... Als allererstes, dass ich noch einen anderen Jedi töte. Wie es aussieht, ist hier dieser... Äh... Sternenzerstörer oder so. Äh, ich glaube nicht... Der heißt nicht Sternenzerstörer, aber halt... Diese... Die Shifter... Von den Jedi's ist hier irgendwie abgestürzt. Oder da kann man die Turbinen sehen. Äh... Weiß nicht. Was muss ich hier machen? Nein, das will ich nicht. Ich glaube ich muss irgendwie rauskansportieren. Hm. Okay. Okay, ich gucke auf WSD. Hä? Wie soll ich das hier rausbekommen? Wege auch meine Maus. Also die Trümmer bekomme ich nicht weg. Äh, brauche ich das für irgendwas? Weißer hat er vorhin so eine Animation bekommen. Wartet. Wartet. Ne, ich komme das einfach nicht raus. Bewege meine Maus. W, A, S, D, Space, E. Auch... Andere Tasten, ne? Will nicht. Will nicht funktionieren. Die anderen Teile bekomme ich hier auch nicht weg. Mit dem Lichtschweiz geht auch näher nix. Ah, gut. Duke, Shift zum Sprinten. Das kannst du sowohl am Boden als auch in der Luft. Guck doch, Shift. Aber irgendwie mit Shift sprinte ich nicht. Sondern, ja, ich laufe langsamer Drücke, halte Kuh um Gegner und Objekte zu packen und mit dem Blitz anzugreifen. Alter. Ah, Kuh. Das war eh. Alter, nice. Aufwag, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Wäre vielleicht gut gewesen. Okay, ob ich da jetzt hochkomme, weiß ich nicht. Hm, warte. Oh, ho, ho. Yo. So, das legen wir mal hier hin. Kann ich da drauf stehen. Ich will da nochmal hoch. Hm. Na gut. Geht wohl nicht. Nice. Okay. Genug gespielt. Müssen wir uns jetzt an die Arbeit nehmen. Das macht Spaß. Entschuldigung für den kleinen Ruggler. Bau Brücken, die du mit dem Machtgriff schwere Objekte aus dem giftigen Schlamm hebst. Das ist eine Brücke bauen. Oh Gott. Achso, dann soll ich da drüberspringen. Okay, warte. Ich empfange Buchstücke rhodianischer Kommunikation. Oh, da ist... Geniert euch eine Abbergungsoperation. Ich laberte Machtpunkte. Aber ich will auch nicht sterben. Ah, warte, warte, warte. Ich habe eine gute Idee. Ich hoffe mal, das ist eine gute Idee. Häng ich hier runter? Yo. Als ob ich jetzt erst Level 1 bin. Das war ich doch schon letztes Mal. Okay. So. Warte, ich muss... Oh Gott. Okay. Du gehst mal weg. Ho. Ich dachte, ich würde Blitze bringen etwas mehr. Okay. Und wo schießen die jetzt? Okay. Keine Ahnung. Ich habe sie jetzt irgendwie gechargt. Was ist denn das für eine... Kasse. Die Blitze tun aber trotzdem weh. Oh. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da. Vielleicht. Oh. Ah, das hat weh. Aua. Was ist das eigentlich auf meinem Rücken da? Okay. Okay. Ich brauche... ...dein Lichtenschwertangriff durch Machtblitze zu verstärken. Ähm. Ah. Wartet. Oh. Nice. Was ist mit dem passiert? So. Wie soll ich denn da rüberkommen? Also ich glaube, da ist noch eins. Wartet. Hallo? Nein. Doch keins. Da ist eins. Da ist eins. Komm ich da vorbei? Hm. So was springen geht nicht, glaube ich. Warte. Von wo jetzt? Hohoho. Also diese Blitze, die sind legendär, muss ich sagen. Ich mach Blitze. Einfach nur mit Blitze getwittert. So nice. Ja. Das weiß ich nicht, ob ich es mir bringt. Muss ich hier hin? Nein. Von da bin ich gekommen. Heißt, ich muss da hin. So, das kommt weg. Äh. Doch nicht. Okay. Ist gekauft. Ah, da haben wir uns wieder ein bisschen wehgetan. Sind hier noch ein paar Gegner. Ja. Oh Gott. Da ist doch noch einer. Komm zurück. Was ist da drin? Der aus wie ein riesiges... Nein. Nein, doch kein Handy. Ich wollte schon sagen, riesiges Handy. Hä? Ist ein bisschen strange. Wirklich. Ein bisschen strange. Eclipse ein Starkiller. Uns wird viel Aktivität hinter dem Hyperantriebskern angezeigt. Ja. Ich bin hier bei diesem Punkt. Muss ich da hoch, oder wie? Hä? Das sind drei Pfeile. Ich glaube, das zeigt alles auf diese, äh... Diese blinkenden Dinger da. Was immer ist. Aber ich weiß halt nicht, was ich halt mit dem machen soll. So. Was soll man mit diesen Dingern machen? Wie soll es aussieht? Die Dinger, weiß nicht, befreien, oder? Was soll ich mit ihnen machen? Blitze bringen hier nichts. Rausschieben. Bringt auch nichts. Was soll ich mit ihnen machen? Hm. Wartet mal kurz. So, da wäre ich jetzt wieder. Ähm. Jo. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich muss... Man muss einfach nur Kuh drücken. Okay. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe wirklich nicht auf YouTube geschaut. Ich habe nur kurz was getrunken. Kurz ein bisschen Wasser. Und... Oh nein. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ach Gott. Hallo. Ich bin wieder da. So, da bin ich auch da. Ich bin schon mal mit. Jetzt da hin. Danke. Und da haben wir schon ein Loch. Ist doch schön, oder? Ich muss wirklich sagen. Ich habe wirklich nichts auf YouTube geschaut. Es war einfach gerade nur... Pures Glück, der ist gerade Kuh. Ich guckt habe. Und es einfach nur aus Versehen. Okay. Wo ist der letzte? Ähm. Hallo? Da ist der letzte. Ja. Ist auch da hin. Was für ein Zufall, dass jedes dieser... Ja. Dieser Dinger da hinfliegt. Was für ein Zufall. So, du kommst hoch. So, dann hier. So, nach oben. So, dann geh mal hier. Hier hin. Hier hin. Und da läuft das Ding. Okay. Ziemlich gespannt, was uns da wohl erwartet. Oh. Da haben wir uns wieder ein bisschen weh getan. Schönes Loch, muss ich sagen. Oh, da ist ein bisschen belägete. Stoße in den riesigen Hyperantrieb vor. Ist ja immer noch aktiviert. Oh. Ich glaube, das ist mal nichts Gutes. Das sind irgendwelche Typen mit einer Sense. Hallo? Ist das der Tod? Hallo? Ich will da heute noch nicht sterben. Bitte nicht. Komm. Oh. Kommt. Ach so. Das sind diese Dinger. Haha. Hi. Wer kennt ihn noch vom Film? Oh. Die waren nice. Oh Gott. Das aussieht. Ah. Das. Wie? Ich bin vorbeigesprungen. So. Stirb. Ist hier noch jemand? Wieder keinen Jumpscare. Danke. Geh. In Ernst? Wer wollte sich hier verstecken? Alter. Nice. So. Du stirbst. Du stirbst. Nein. Hier. Beide stirbt sogar. Äh. Schon nice. Wo muss ich jetzt hin? Ach so. Da hin. Ich bin jetzt noch mal runtergefallen. Wartet mal. Ich bin gleich da. Nein. In Ernst? Ich bin jetzt noch mal runtergefallen. Ey. Der ist doch nicht dein Ernst. Dann muss ich mal wieder. Hier hoch. Hier hoch. Hier. Ich hab mal das tot. Muss ich hier hin? Oh Gott. Kommt es. Ich hab den nicht mal getroffen. Okay. Wartet mal kurz. Ich weiß nicht wie ich da hochkomme. Hier ist irgendwas. Nein. Hier ist nix. Oder? Doch. Tralalalalala. Hallo. Minecraft Freunde. Star Wars Freunde. Äh. Wo muss ich jetzt hier hin? Ich muss da irgendwie auf die andere Seite. Aber wie komm ich da hin? Da hoch? Nö. Da irgendwo hoch. Hm. Weißt du was? Ich geh. Ich geh mal da. Wo das Loch da ist. Ich geh mal da hin. Auch. Egal. Ob da oben halt. Diese Dinger sind. Oh fuck. Fuck. Ich hab's bisher verkackt. Glaub ich. Ich muss hier hoch. Ich muss hier hoch. Dann muss ich hier hoch. Dann muss ich hier wieder runter. Und dann hier durch. Okay. So weit, so gut. Hallo. Nee. Ich verstehe dich nicht. So. Kommt hier noch jemand? Wo muss ich hier hin? Ich kann von da. Kann man hier? Nee, hier kann man nicht. Nee, hier auch nicht. Hier. Gut. Möchte jemand eine... Ja. Eine elektrisierende Massage. Du, glaube ich. Hallo. Oh Gott. Was war das da? Okay. Okay. Hier. Vor mir. 面 Ok, ist hier noch jemand? Nein. Guten Tag, ist hier jemand? Ich möchte gerne, ja, euch die Energie ausmachen. So immer. Oh, das ist das störend. Das würde ich gerne machen. Was passiert da? Nun gut, ich würde mal sagen, ich speichere hier das alles ab. Ich hoffe mal, dass wir hier auch das nächste Mal weitermachen können. Ich würde mal sagen, das wäre es von dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst doch sehr gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Das wäre es von meiner Seite aus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein.